Ich hab hundertprozentig in meine Hose gepisst gerade. Wait, guckt ihr grad den Stream? Nice try, Bro, nice try. Oh, ja. Nice try. Haha, Digger. Oh mein Gott, was ist das Scheiß? Das Scheiße. Bro, Marsch hat es mir gerade gesagt. Holy shit. Oh mein fucking Gott, Bro. Ich musste den Pisser abbrechen. Digger, ich hab meinen Hosenstall offen und shit. Ich hab hundertprozentig in meine Hose gepisst gerade. Digger, ich hab Pisse in meiner Boxershorts gerade. Oh mein Gott, Bruder. Wie kann das einfach los? Oh, ich hätte das Scheiße. Ich hätte die Website zubehalten müssen. Ich wusste nicht, dass es direkt weitergeht. Oh, Digger, ich hab jetzt eine voll gepiste Boxershorts. Bro. Ist das slow.